Das er vorne ist im Seitenzablo mit knapp einer Sekunde Vorsprung. Die Teilnehmer sehen jetzt, dass die abgerufen werden, auch wieder in dieser sechsten und letzten Gruppe, die 25% vorbei sind. Das ist ein Geber von Sportautos, glaubst du, dass er hier die Zeit habe, was so geht, da machen wir einen Racken, jetzt gleich die Zeit, den jetzt sind wir alle längst. Das sind die ersten langen Fahrzeuge und die langsamsten vier, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte, nicht mit von der Partie sind. Ja, bleibt zu klären, was mit dem Kollegen Patrick Simon ist, der ja mit der Geiger-Kompetenz mit der Startnummer 11 dann doch noch nicht mehr. Die jeweils drei Besten aus den einzelnen Klassen hier unter die Räder zu nehmen oder in Angriff zu nehmen, ist noch eine sehr starre Stellung. Und nebenbei habe ich übrigens gerade gehört vom Rennleiter das Ganze über Funk, dass es keine Einführungsrunde geben wird, wie man das bei normalen Rennen kennt, Sondern man stellt das Feld verkehrt herum, die Reverse Drits Aufstart und Ziel auf und ohne Einführungsrunde geht es dann direkt mit dem Ampelstart, sprich mit dem stehenden Start, mit dem Morp-W-Start in dieses Rennen hinein. Tja, Heinz Müller, die Startnummer 33.